so willkommen zurück zu bei shark infinite ja wir sind hier irgendwo gelandet weiß ich jetzt nicht selber ja wir schauen jetzt ab das gegner ist es ein bolle ja es ist ein bolle sind wir denn hier gelandet versteht das ja die goldene station erreicht ja oder so gut dann dann schauen wir mal weiter und was ihr so schickes gibt warte 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 ich wollte eigentlich hier das kaufen das war ja billig warum ist das so billig also okay wir können jetzt auch menschen kontrollieren das ist sehr schön dann nennen wir gerade noch ein so schick gute unterstützung muss ich sagen bloß noch mal salzberechtig medizin hätte ich jetzt nicht gebraucht genug salze nennen das komisch mal lang hier die recht gut wieder ach der geld check zurück ich werde ich wechseln wo mamma meine kriege wieder ein auf der krieg schoss Gut, da war doch was, oder? Da war doch was. Vielleicht ist es noch... Naja, reicht nicht ganz. Scheiße. So geht's auch. Gut. So, jetzt schaue ich mich hier mal wieder ein bisschen um. So, was gibt's denn so schönes? Hier ist nichts. Aha! Das hätte mir einen echten Arsch gerettet vorhin. Oder gerade eben. Aha, was ist das? Mission. Ein Portemonnaie. Ja, ich glaube, dann geht's mal weiter. Ah ja, der Turm beschützt, bla bla bla, irgendwas. So, was haben wir denn hier? Oh, es ist noch Minus. Minus, nicht gut. Mit Tasche. Ein Save ist leer. Noch mehr Money. Noch mehr Money. Na, da kann man auch noch was mit Money hier rausziehen. Hier nicht. Der hier auch nicht. Gut. Dann geht's mir nicht leider. Da geht's ihm lang. Gucken wir mal, dass wir erstmal da hinkommen. Siehst du, da gibt's irgendwie auch noch was. So, ne hier. Eine Banane. Ja, das brauchen wir eigentlich nicht. Geht auch um nichts. Munition. Haben wir voll anscheinend. Gibt's da noch was? Money. Tisch leuchtet. Ja, da kann man bestimmt von der anderen Seite rein. Ja. Da geht's ihm lang und da geht's da noch mal lang. Aha. Tja, aber es gibt's uns noch so Bereden eigentlich. Ja, ähm. Nochmal, für die Leute, wo das nicht wissen. Ich nehme das alles vorab schon auf. Und, ähm. Ja. Ähm. Da könnte ich wirklich viel dazu sagen. Beziehungsweise ändern. Ja, mach mal das anders. Weil das wird irgendwann erst kommen, wenn ich wieder Internet habe. Löderweise habe ich immer noch kein Internet. Super, gell? Ich fänd's auch cool. Ähm. Habe ich schon. Ich weiß nicht, hat sich das jetzt gerade eben gelohnt? Ich glaub nicht. Verzeihung, Sie haben keinen Zutritt zu Born in an Island. Sie müssen gehen. Wir sind vorhin erreicht die Insel über die Skyline. Die Skylines, ha? Diese Dinger, mit denen die Cops da vorhin bei der Verlosung ankamen. Jo, ich darf nicht damit fahren. Das ist ja echt schick. Diese Linie geht nach Monument Island. Mal probieren. Ah, okay. Dann drücken wir mal auf die Tube, oder? Oh, okay. Wow, wow. so was wählen wir denn wir haben einmal ein schild gewählt gesundheit oder oder salze ich fühle mich schon besser ich sollte ich das besser finden ja egal scheiß drauf die leiche da die ist weg ja das ist ja keine ankarte version ich weiß nicht hier steht 100 prozent anklang drauf aber ja hier ist es nicht aber so jetzt und jeder schreddert weg hier nichts da geht es noch irgendwie Was tun wir denn hier? Gesundheit, Munition, ja, ja, ja. Dann wird auch noch was. Ja, voll. Der Hebel sieht bedienbar aus, aber ich geh jetzt erstmal da lang. Eine Munition. Boxer V. Ja, das hör ich jetzt nicht mal nicht an. Und weiter geht's. Yeah. So kann man's auch machen. Das ist schon ziemlich krass hier, wie man rumschwingen kann. Tja, mir muss man nicht mal... Ich geh jetzt mal da rüber. Nein, 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 nein. Ah, scheiße. Aha, gut zu wissen. So, ich zieh mal hoch, ich werde da drauf kommen, aber ich glaub, ich komm da gar nicht drauf. Aber ich glaub, man kommt über andere Wege drauf. Da war doch noch grad ein Gegner. Nimm das, die dreckige Sau. Ach, komm schon. Ach, da drüben ist auch noch einer. Ich hab gar nicht gesehen. So. Gibt's hier noch was? Nein. Nichts. Oh, er hat aber gezogen, ey. Oben ist noch eine Skyline. Wenn ich irgendwie höher rauf käme, käme ich wohl ran. Ja, da gibt's einen kleinen Haken, da kann ich drauf. Voll Leichen händen da noch Moni. Weiß ich. Oder nicht. Komm, da muss doch noch irgendwas geben. Sieht so verdächtig hier aus. So, ich muss aber da hoch. Zack. So. Sehr, da ging's ordentlich hier zu. Wer hat denn da gerandelt? Ja, ist ja gut, ist ja gut. Meine Güte, okay. Kuchen. Auch alles leer, irgendwie. Ähm, jo. Dann geht's anscheinend. Keine Ahnung, wo es lang geht. Geht's halt nur da lang. Ich glaub, das war die richtigen Chat. Der andere Weg, weil... wäre ja falsch gewesen. Oh, Tani. Tätet zurück! 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 Ich kann die jetzt umbringen. Ne... Wollen wir nicht so sein! Ich weiß, was du hier willst, falscher Hirte. Ich sehe jede Sünde, die deine Seele verfinstert. Wundet nie die Pinkertons. Alkohol, Glücksspiel und natürlich Anna. Und jetzt, um die Schuld zu tilgen, willst du mein Lamm rauben. Doch nicht jede Schuld lässt sich tilgen. Alkohol, du kennst mich nicht, Kumpel. Die Prophetie ist mein Beruf, Mr. DeWitt. So wie Blut der Ihre ist, wissen Sie, warum diese Männer für mich sterben? Ich habe Ihnen eine ruhmreiche Zukunft vorausgesagt. Und so sind Sie zufrieden. Was führt Sie nach Columbia, Bukka? Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld? Das führt zu Blutvergießen, DeWitt. Aber so endet es ja immer nicht. Es endet immer mit Blutvergießen. Du willst mein Lamm auf Abwege führen, aber dein Stab ist krumm und ein Pfad gewunden. Geh! Geh zurück in das Odor, aus dem du kamst! Ich glaube, ich verschwind hier mal einfach kurz. Geh zurück! Wow! Ah ja, ich habe nur darauf gewartet, dass ich da überhaupt drauf springen kann. Scheiße, komm schon. Ich muss die Steuerung finden, um nach Monument Island zu kommen. Puh. Ja, dann würde ich mal sagen, machen wir so einen kleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao!